herzlich willkommen in der neuen folge wir sind jetzt auf dem weg nach sam b haben jetzt endlich den schlüssel das nehmen wir mit das sind wir auch mit wir haben ja schließlich jetzt kann auch endlich das hier öffnen ich kann ich würde gerne dankeschön den hammer upgraden die frage ist es ist der gleiche oder derselbe das verkaufen war lieber effektiver die abgegradeten sachen zu verkaufen anstatt sie zu recyceln hat da würde ich sagen den hammer den graben auf jeden fall besser schläge oder oder gift also caustic säure na das glaube ich besser dann haben wir auf jeden fall ist das weichigkeit friedmassen schaden und haltbarkeit erhöhen definitiv caustic schaden weiß nicht wo wir den machen können wenn ihr verbesserungsvorschläge habt gerne in kommentaren schreiben ich lese mir die immer durch gibt es hier irgendwas ne da kam ich hier schauen wir mal wo der ist der sam b da unten das war gerade naja kontraproduktiv uiuiuiuiui ja jetzt haben wir ein problem oder oder kommen wir durch praktisch lieferung ja sein b vielleicht nicht so gut stand the fuck back it's hammer time open system big fuckers i got this get the guns he's got it who's got this nicky gutt big game hunter on cable i saw sur a snow leopard wow that's nice make snow too locked well there she is now looking so hot today nicky hey bitch still think you're too good for running a fucking red anstatt aufzustehen und zu helfen nein bonnie rest in peace hey hey don't you don't want me right who's first oh 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 das wollte ich haben aber wieso gibt es hier keine karte ich habe angeblich frei aber was bringt er mir die sinnloser platz der frei ist ja ich habe lernen slot toll danke für die info aber wir können ja manche das ändern dann wurf gegenstand da haben wir einfach nur das hier chemiebombo oder schuriken schuriken probieren wir mal aus erstmal alles looten ich weiß sie müssen da rein aber erst schauen wir mal ob es irgendwas gibt hier oben was wir looten können ich wichtig bei material brauchst man braucht man immer da ist keiner drin was gut ist ich mag keine bösen überraschungen ab da unten was haben wir denn hier drin ist das der spinnt 16 stufe 30 problem ist ich bin nicht mehr ansatzweise so hoch ich glaube ich kann das auch nicht runterschalten oder also downgraden naja was sagst du ronnie ist taking afternoon tea with jesus es ist not your fault all right people who ain't like us don't last out here i told him but he wanted to be the big fixer i got bit to fuck just keeping him alive this long grab a gun and let's get back to emma's alles klar gegen was hab ich getauscht moment gegen was hab ich das getauscht ich werde das mal gegen den hier tauschen ok also ab nach oben und da aussehen und hab ich noch money oi die jetzt war laut Tinkt das was? Ah. Ich hoffe, da kommt keiner hinter mir. Zwei Stück. Oh Gott. Ich weiß, die kommen jetzt auf jeden Fall zu mir. Seh ich schon. Ich wusste es. Komm schon. Ich brauch die Waffe. Come on Jay, use the sights. Zoom, man. Zoom. Muni? Schön Headshot. Okay, I feel bad about that one. Gut, Kollege. Kannst du mich kreuz, weißer. Jawoll. Perfekt. Gibt es noch jemanden? Ich weiß nicht, aber die Waffe finde ich schon okay. Das ist der letzte. Den hauen wir so, Ron. War das der letzte? Roni hat fucking left the fucking building. Oh. Noch ein F-Wort. Amerikanisch halt, ne? Gibt es hier Loot? Ganz viel Loot, ja? Und Munition. Das höre ich gerne. Und sehe ich auch vor allem gerne. Ab nach S&B. Mission erledigt. Hm. Schnelllader. Aber gleich upgraden. Hey, hey, having fun? In a sense. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Listen, I'll talk to a CDC doc. They're still in Santa Monica. They want my blood for a vaccine. Hm. That's so. We could all make it. Load up, roll out. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. If Emma wants to come, you'd ride shotgun, right? She won't. Maybe. You might be surprised. We'll see you there. Hm. Psst. Surprised my ass. Einfach alle möglichen Waffen reinpacken. Wir haben Mods, wir haben Munition. Anscheinend sind wir voll. Ja. Wir sind voll. Haben wir denn jetzt die Möglichkeit mit den Waffen? Nee. Was ist die Mindest denn? 14, oder? Ah ja. 14. Na, wir sind Stufe 10. Das kann ein bisschen dauern. Müssen wir denn hin? Kehre zu Emma's Anwesenswurck. Also ab nach. Hey, EJ. It's Jacob. Has Michael made it back yet? Hello? Ah. Yes. Yes. Ah. I'm here. Lovely. You're a survivor, Mikey. Yes. Getting back with... Wie bitte? Das ist doch nicht hoch gewesen. Ich bin gerutscht. Wow. Ey. Okay. So, Stufe 11. Dankeschön. Das war doch nicht hoch. Dann gehe ich halt zu Fuß so runter. Mann, Mann, Mann. Ist er tot? Wow. Oh, Kollege? Nee. Wo müssen wir jetzt hin links? Okay. Ah. Nee, Mission. Hi. Nach links? So, mein Freund. Ab hier rein. Upgraden. Bildet, Kühl. Hm. Gibt's da Loot? Ja. Natürlich. Das war's. Okay. Bergbank. Löschen. Löschen. Halten und reparieren können wir ein paar Sachen. Stufeanpassung. Bringt das was? 163 auf 193. Aber so wenig. Ich glaube, wir haben sehr wenig Pistolen, Munition oder überhaupt Munition, meine ich. Das ist ja Sportgewehr. Hm. Da können wir... Was haben wir denn jetzt frei? Feuer und Schlag. Schlag. Ich weiß nicht. Schlag? Ah. Dann... Gliedmassenschaden. Schwere Angriffe, kritische. Ja. Was ist das? Erhöht Schaden. Hypercut und Kraft. Gliedmassenschaden. Aber Gliedmassenschaden. Gliedmassenschaden immer gut an Schaden. Gut herstellen. Gut herstellen. Medikamente brauchen wir auch nicht. Jetzt können wir weitergehen. Das ist ja diese Hütte, wo wir anfangs waren. Oh. Ein Zettel. Gibt's hier irgendwas? Ich hab aber was gehört. Wir müssen auf jeden Fall nach... Warte mal. Beverly Hills gibt's... Bel Air ist das, oder? War das richtig? Hoffe. Bel Air. Ja. Habe ich mir gut gemerkt. Ja, laden geht auf jeden Fall schnell. Und fertig. Achso, hier. Guten Abend. Oh je. Um. Ah, sind schon viele Militärkonvois unterwegs hier im Spiel. Nach oben. Ist das echt ne Abkürzung? Oh je. Hey, das war gut. Was macht der? Um. Und es hat der Boom gemacht. Ich sag ja nicht, ich bin professionell, aber... Ich versuche mein Bestes im Let's Play. Und versuche auch das Beste für die Unterhaltung. Ich hoffe, das gelingt mir ein bisschen. Klopf, klopf. Oder klingel, klingel. Aber eh nicht. Weg damit. Leere Fähigkeiten Slot. Habe ich immer noch. Ist da jetzt was frei? Ja. Oh, was haben wir denn? Wurfgeschosse. Habe ich gerade benutzt? Das ist eigentlich ne gute Idee. Schädlicher Statuseffekt. Moderaten Schadensboost. Ach, Schuhregner nehmen wir. Wir sind wieder da. Bestimmt. Ganz kurz. Haben wir hier irgendwas? Was war... Baupläne? Revolution ist ganz gut. Verkaufen. Ach stimmt, wir haben ja gesagt, wir wollten ja Sachen verkaufen. Die Machete hier. Den haben wir aber gerade abgegradet. Das ist anscheinend nicht so gut. Hätte mehr davon erhofft. Was mit dem Hammer? Den behalten wir. Das wollten wir weg. Da vorn die Hake. 115 Schaden. 115 Schaden. Das kann weg. Ja, dann passt das. Was ist das? Einschlägermod. Einschlägermod ist Distanz. Physische Schaden. Kraft. Traumatisierend. Wow. Ja, gut. Mal schauen, was sie sagen. All together, like a big happy... Oh, fuck. Damn, man. How long you been pitfall? It's nothing. Oh, my gosh. Shit. We got to deal with this right now. Don't touch him. Go check on Andrea. See if she's okay. Oh, fuck that. This ain't no game, Emma. You know what's gonna happen to him. The same thing that happens to all of them. Now, let me... This is my house. It is my rules, Sam. Go. Go. If he's so much as twitch is funny, you... You know what you've got to do. I do. Michael, what happened? I'm fine. You're not fine. I'll get you help, okay? Emma, sweetheart. Don't even think about it. I took you in. You owe me this. Put the gun away. Seriously, Emma, he's turning. You don't know that. Hey. The 2019 best supporting actress Romero goes to... Oh. Oh, my lucky charm. This is why you left. Emma. I think I've got the special blood. I'm zombie-proof. I just feel it. Yes. Yes, you have the special blood. You're going to get through this. Michael. Michael. Michael, please wake up. Please. Okay, that's a wrap. Move. Fuck you! Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Move! Emma. Get out of my house. Yeah. You must die töten. What's happened? Michael. He'd been bitten. I should have noticed. I'm sorry, Andrea. Truly, I am. Emma. She... Okay, dann müssen wir halt raus. Na gut. Hey. Emma can't do this. Don't go. Shit happened. Sam can hold the foot here. Sam! You think there's room for me and my family and his apocalypse fantasy? Once he gets inside them as Pantsies, we're all fucked. Hey, there you are. Shit been way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Right, right. Now on, no one goes outside except me. No one? Really? Come on. I keep saying, don't trust those fucks. You're better off here. Yes. Stay. I'm immune. I've got to try. This is my path. Okay, learn the hard way. I got one last tip for you. Doose, Bill. When I had to get around Bannoy, I used the sewers. I ain't saying they're safe, but you can line them up. Sewers. You'll be back. Hey, Emma's pretty shook up. How about you fix her some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes? This is the end. No, we both know that ain't true. Keep the faith. Sewers. All the way to the ghost. Oh man. Ja, das ist hart. Aber folge den Abwasserkanälen bis nach Santa Monica. Wir müssen jetzt nach unten. Ich würde sagen, dann gehen wir da lang. Abwasserkanäle hört sich aber nicht gerade so schön an. Ist ich jetzt sicher? Da lang. Darunter. Hier können wir auch mal unsere Sachen upgraden. Hier haben wir gute Sachen. Gut. Schott. Weiterer Lot. Wunderbar. Upgrade. Reparatur. Ja, hier auch. Das kann man löschen. Hm. Ah ja, stimmt. Ah, okay. Da haben wir nichts. Aber das kann man. Schnelleres Nachladen bringt was. Oh je, durch die Abwasserkanäle, da habe ich ja Semi-Bopp drauf. Oh nö. Oh je, ich muss mal ganz kurz eine neue Waffe haben, die ein Fisch überspringt. So, erledigt. Blick mit dir. Hat er nicht gerade einen Medi-Pick fein gelassen? Moment, wir haben doch so eine Sicherung. Ich glaube schon. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Oh ne, Kollege, Kollege Schnürschuh, du nicht. Da hilft nur das hier dagegen. Also, jetzt geht er noch einmal. Boah, das ist so mies. Jetzt könnte ich auch looten. Gibt es noch was? Ja, hier oben. Hier oben. Und das war's. Dann schauen wir mal kurz, was wir bekommen haben. Eine Nagelpistole. Ja, dafür brauchen wir erstmal Munition, würde ich sagen. Aber solange wir keine Munition haben, bringt uns das, glaube ich, nix. Über 200 Schaden. Nehmen wir das als Notfall, würde ich sagen. Wir haben eins mit Feuer, wir haben Schlag. Ich habe auch Schlag, also kann man das tauschen. Was heißt Notfall? Ganz ehrlich. Wunderbar. Das musste sein, ey. Oh. Ist hier links schon jemanden wieder mit diesen Fliegen? Oh Gott. Oh Mann, diese Bienen. Ernsthaft? Danke. Oh, das... Wo ist der Typ mit den Bienen? Kollege. Dich möchte ich hier gar nicht haben. Also... Das letzte, was ich brauche, ist genau so einer. Uff. Uiuiui. Uiuiui, gibt's hier viel. Was ist da runtergefallen? Ist ja irgendwas, wo ich aufpassen muss. Irgendwas ekligisches. Außer der ganze Kanal. Uiuiui. Wie dem auch sei. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Die Folge geht auf jeden Fall jetzt etwas länger. Versprochen. Das müsste ich mit normalen machen. Oh Gott. Komm. Was wäre denn der da oben? Jawohl. Ich spring grad runter. Ich hau direkt die Füße ins Gesicht. Du bleibst hier draußen. Ihr geht beide baden. Und seid dreckig. Naja, das Wasser sieht auch nicht grad besser aus. Naja. Was ist das für Zahn? Hegel. Ach, da unter mir. Ich soll grad sagen. So, Kollege Schnüschuh. Du willst nicht auf mich hören. Dann kriegst du auch einen am Sack. Wo müssen wir denn hin? Da oben? Ist da was? Ja. Oh, provisorisches Schwert. Da können wir noch dicht hin, oder? Geht das? Ach komm. Ei, ei, ei. Moment mal. Können wir das nicht einfach zerstören? Ich bin auch dumm. Da. Beim nächsten Mal am besten kann man sich sowas ersparen. Oh, nö. Schnell nachladen. Die Waffe. Oh Gott, ist das eklig. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt einen schießen müsste. Ganz genau. Boah, es ist eklig. Ich brauche einen Rat. Ah. Dann holen wir uns mal eben Wasser. Ach, Mist. Nein, wir haben kein Wasser hier, oder? Ah. Leute. Wir haben ein Problem. Wir haben das Wasser kaputt gemacht. Jetzt hier noch Wasser. Was wir nutzen können. Da ist kein Wasser. Dann müssen wir halt durch die Säure durch, oder? Wissen wir, wie es aussieht. Schade. Oder man wartet ab, und die Säure verschwindet. Ich gucke jetzt auch. Feuerachs ist auf jeden Fall besser als die andere Axt, die wir hatten. Die kurze. Oh. Hui. Oh, Mann. Is somebody there? Oh, oh, fuck off. Oh, God. Oh, please. Get down. Oh, fuck. Quick, get inside. Oh. Oh, oh. Oh. Lovely. You got it all sorted. Yeah, I had a few tricks up my sleeve. Oh, well, I'm Patton. Jacob, I owe you, fella. Hey, no, no need. Just glad I got to you on time. What are those balloon people? Beats me. Bursters, I call them. Like walking bombs. Welcome to Shangri-La. Oh, it's okay. You can leave your shoes on. Nice. Oh, sorry. It's a mess. Maid's day off. I can tell. Nice call. How long you been hiding out here? Oh, uh, how long? Eh, long time. Oh, after the war. People don't like my face. Yeah, well, people are jerks. Yeah. Which turkey shoot? Golf war? I flew helicopters. My bird got shot down. Yeah. Could have been a lot worse. Wow. Big film buff, right? No, why? Uh... I gotcha. Yeah, man. No shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed, maybe, sometimes. Oh. You like horror movies? I did. Yeah, man. That's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen of Kill, man? Omen of Kill, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like us. Yeah, man. 20 times, man. I just shot Emma John's PA. No fucking way. Emma John, she's still here. What's she like? I hear she's really great. Well. She's, well, people are different in real life. If he went over, promised not to shoot her stuff, might be safer there. What? No. Why would I do that? I mean, this is my home. Patton, stuff has changed. We can't survive this by hiding. Look, I really want to watch Omen of Kill, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna, I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. I was only watching it the other day. Where is Omen? To, to kill. Yeah. Found it. Come on. Will you please watch it with me? I'm needed in Santa Monica. They're gonna juice me for a vaccine. Is there a way through? Maybe. I mean, it's a long way. It's the only way. You know, I could, uh, yeah, maybe I, I could, uh, just, I could, uh, just, I'm sorry, I, I really need to watch Omen of Kill. You do you. No sweat. You want to follow the signs for the Venice Storm Tank. Roger, roger. Lock the door after me, yeah? Yeah? Okay. Bebrochener Mann, would I say. Moment mal, war ich jetzt... Well, er? Wo kommen wir denn da hin? Nur so als, als kurze Überlegung. Wenn ich jetzt hier reingehe. Komme ich dann bei ihm rein? Ja, perfekt. Perfekt. Schauen wir mal, was wir noch hier haben. Da ist noch was Loot. Aber er ist nicht da. Hey, wieso ist er nicht da? Ja, macht gar keinen Sinn. Naja, wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lass gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Ein Abo, wenn du nichts verpassen möchtest. Und gerne einen Kommentar, wenn du irgendwas zu sagen hast. Tipps, also irgendwelche Tipps, was man besser machen könnte, was ich besser machen könnte, auf jeden Fall. Ja, und wie man auch diese komischen schwarzen Verpixelungen da wegkriegt. Also irgendwie die Grafikkarte hat ein Problem. Manchmal passiert das. Na gut, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. 見